Jannik, neue Woche, neues Glück. Das Frankfurt-Spiel, wie ist das in deinem Kopf schon abgehakt? Ja, natürlich nach dem Spiel haben wir es noch mal ausreichend analysiert. Die Fehler, die wir gemacht haben, ganz klar angesprochen. Und ja, es bringt aber jetzt nichts irgendwie, uns lange damit zu beschäftigen. Es war keine gute Leistung, das wissen wir. Und jetzt haben wir noch eine durchaus lange Woche Zeit, das alles wieder zu verbessern und dann Sonntag ins Derby zu gehen. Wie blickst du auf diese Trainingswoche? Was wird da im Fokus stehen? Habt ihr schon Feedback vom Trainer bekommen? Ja, also ich kann natürlich nicht allzu sehr auf die Details eingehen, aber ich denke gerade so die Abstände auch im Frankfurt-Spiel waren nicht sehr gut, die Zweikampfführung auch. Ich denke, da hat uns Frankfurt ein bisschen den Schneid abgekauft und ich denke, dass der Trainer da schon ein bisschen Wert darauf legen wird in der Woche, dass wir da wieder ein bisschen geschlossener auftreten. Denn die Defensive war eigentlich in den letzten Spielen immer so unser Punktstück und das gilt es dann auch wieder herzustellen. Aufgrund von Sperren werden Josh und auch Nani für das Spiel in Hannover definitiv ausfallen. Zum einen wird eine Offensivposition mehr oder weniger frei, zum einen auf der sechsten Position, also im zentralen Mittelfeld. Welche Position würde dir besser gefallen, wenn du reinrutscht? Ja, ich denke natürlich schon jetzt die zentrale Mittelfeldposition auf der sechsten an, aber ja, ich weiß auch, dass wir einige Spiele haben, die auch dafür in Frage kommen und jetzt hat jeder die Chance sich im Training anzubieten, auch die, die ein bisschen außen vor waren jetzt vielleicht und das ist auch wichtig in so einer Konkurrenzsituation, dass jeder immer Gas gibt und dann werden wir das Spiel dann auch am Sonntag gut gestalten können. Lass uns noch zwei Worte zum kommenden Gegner 96 verlieren. Was macht die momentan deines Erachtens so stark? Ja, ich denke, sie haben eine sehr stabile Mannschaft stehen, defensiv sehr gut, das hat man auch auf Schalke gesehen, dass sie eigentlich dieses 1 zu 0 sehr gut immer verteidigt haben und dann also defensiv 0 zu 1 verteidigt haben und denke ich dann trotzdem immer ein, zwei gefährliche Konter auch dabei haben und es ist auch eine Mannschaft, die nie aufgibt. Die haben glaube ich schon sehr viele Spiele dann auch am Ende noch positiv für sich gestalten können und das hat man jetzt auch gesehen. Die Stürmer sind gefährlich und ja, da wird schon eine Aufgabe auf uns zukommen. Niedersachsen Derby, wir reisen zum Nachbarn quasi, da muss man aber niemanden von uns groß motivieren, oder? Nein, ich denke, das ist immer was Besonderes. So ein Derby dann auch für uns Spieler. Wir wissen, was das auch für die Menschen hier im Umfeld bedeutet. Es gibt viele, die auch immer auf der Arbeit sich dann begegnen und wenn man dann so einen Derbysieg hat, dann hat man auch direkt so ein schlechtes Spiel, was man vorher hatte, dann auch vergessen gemacht und deswegen ist das eine Riesenchance für uns, dann auch eine gute Reaktion zu zeigen. Danke dir. Viel Erfolg. Danke.